Das ist Björn. Björn ist seit kurzem Mitarbeiter in einem Reisebüro. Da er ein wissbegieriger und aufgeschlossener junger Mann ist, möchte Björn nunmehr über digitale Geschäftsmodelle mit einem besonderen Fokus auf den Tourismus erfahren. Denn aus digitalen Geschäftsmodellen, wie sie beispielsweise Google, Amazon, Facebook oder Apple praktizieren, können auch kleine und mittlere Unternehmen hilfreiche Erkenntnisse gewinnen. Genau dieses Wissen wird in dem Modul Digitale Geschäftsmodelle des Projektes Tourismus 4.0 in Schleswig-Holstein vermittelt. Denn dort lernen die Teilnehmer, digitale Geschäftsmodelle zu analysieren und zu systematisieren, sowie ihre speziellen Wirkungsweisen zu verstehen. In einem dreistündigen Kurs informiert der Online- und Mobile-Marketing-Experte Attila Wohllebe über alle relevanten Themenfelder. Auch Björn nimmt an diesem Kurs teil. Denn mit seinem grundlegenden Verständnis für betriebswirtschaftliche Zusammenhänge bringt er das notwendige Vorwissen für diesen Kurs mit. Nach dem abgeschlossenen Kurs versteht Björn nun den Begriff des Geschäftsmodells und kann dieses charakterisieren, sowie in vollem Umfang nach den unterschiedlichen Methoden analysieren. Darüber hinaus ist er imstande, eine Systematisierung der Geschäftsmodelle nach verschiedenen Ansätzen durchzuführen, sowie die Wirkungsweisen digitaler Geschäftsmodelle zu charakterisieren und in der Praxis aufzuzeigen. Die Überprüfung und Anwendung des erworbenen Wissens folgt nach jeder Lektion in Form von Fragen und kleinen Aufgaben. Mit dem Abschlusstest kann Björn ein Zertifikat über die erfolgreiche Teilnahme erhalten. Dank der praxisorientierten Inhalte und der vielen Beispiele fühlt Björn sich bestens vorbereitet für seine berufliche Zukunft im Tourismus. Konnten wir Ihr Interesse wecken? Dann melden Sie sich jetzt für die kostenfreie Probephase im Jahr 2019 an. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.oncampus.de slash t40